Jede 50 Person hat Minimum 2 Panikattacken im Leben. Davon gehören 50% Frauen mehr zu diesem Anteil als Männer. Eine von denen ist Ylenia. Ihre Leidensgeschichte hat angefangen zu einem Zeitpunkt, wo es niemand erwartet hat. Ich war anfangs 20 und bekam meine erste Panikattacken beim Essen. Mit ganz schlimmen Gedanken. Wie z.B. an einer Krankheit sterben oder in einer Klinik landen. Ich fühlte mich schlecht. Ich wusste nicht, was es soll. Ich habe irgendwie Angst vor der Angst bekommen. Am liebsten wäre ich einfach in ein Zimmer. Oder mich von der Aussenwelt abschirmen. Es blockiert einen. Und er beginnt komisch. Ich beginne zu atmen. Ich habe das Gefühl, du kannst nicht mehr atmen. Die Hände zittern. Ich beginne zu schwitzen. Ich habe das Gefühl, das Herz überkumpelt. Oder ... Ja ... Ja ... Anmachtsgefühle. Also Panikattacken hatte ich sicher fast 13 Jahre lang. Und fast jeden Tag. Gibt es ein Grundgefühl, das damals so überwältigend war, als du dort drin warst? Das Gefühl von Angst, ja. Was hast du dann unternommen? Nachdem die erste Attacke kam, sind wir nach Hause gefahren. Ich habe mir eine Kollegin geschrieben. Ich wusste, dass sie das auch mal erlebt hat. Ja. Und dann ... Jetzt sind wir ein bisschen ermutigend auf dem ganzen Heimweg. Es ging schon um acht Stunden. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Hast du dann irgendeinen Arzt aufgesucht? Oder einen Therapeut? Oder ... Was hast du weiter noch unternehmen können? Dank dieser Freundin, die ich geschrieben habe, bin ich dann an ein Gespräch. Aber es hat mir nicht so viel geholfen. Und habe es dann eigentlich niemandem mehr gesagt. Warum hast du so ... Das sind 13 Jahre. Das ist eine unglaublich lange Zeit. Und das war ein Leben ohne Ende. Was hat dich gehindert, dass du nicht noch einen weiteren Schritt gemacht hast? Ich habe mich geschämt. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht normal. Und ich wollte nicht abgestempelt werden als psychisch Krankheit.